Das dürfte ein Nachtjammer sein, oder? Sonnenglanz. Die Tür wächst eigentlich nur in der Sonne. Okay, hier kriegen wir zumindest mal ein bisschen Licht mit. Ist es so klug, hier jetzt entlang zu wandeln? Gut, da ist eine Truhe. Anscheinend schon. Aber wir entfernen uns, glaube ich, auch. Oh Gott, oh Gott. Ich werde noch oft an der Klippe so rumzuspringen, Mann. Stadthosen. Hosen aus spezieller Baumwolle. Ja, wir sind leider schon wieder schwer. Wir haben einfach immer zu viel Zeug dabei. Und ich glaube, wir haben ja auch noch irgendwo ein Lager, oder? Ich kann mich erinnern, dass es irgendwo ein Lager war. Das nervige ist, wenn ich meinen Begleitern zu viel Zeug... Yet, for all the danger, this pawn feels quite comfortable hier. Magik, oder auch similar, hangs thick in the air. Fandum! Woosier, 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 woosier. Was? Woosier, woosier denn? Oh, ich werd grad besessen. Woosier, woosier. Hier. Einen Moment, ich will kurz ein Heal. Ich kann halt gegen die nichts machen. Seht ihr die Hütte? Jetzt haben wir gleich. Nichts hinterlassen? Gar nichts. Halt, 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 hier. Geht's schon wieder los. Wölfe. Hier noch, hier drüben noch. Wir müssen den Wald ein. Wir müssen jetzt schauen, dass wir diese Quest erfüllen und dann irgendwann nochmal ganz entspannt in unserer kleinen Heldengruppe hier zurückkommen. Sonst werden wir hier nicht glücklich. Und ich glaube, ich hab das Hexenhäuschen gefunden. Wieso hat der Onkel eigentlich vorher nicht unser Schwert verhext, als wir gegen der Wald, ich glaube, mit einem magisch bewerten Schwertchen könnten wir doch eventuell... Wurde ich jetzt schon wieder angegriffen? Ihr seid so kacknervig. Mit so einem magisch belegten Schwert müsste ich doch eigentlich... ...das Phantom angreifen können. Ich hab übrigens auch komplett die Orientierung verloren, Freunde. Das kommt noch dazu. Das kommt zu allem Überfluss noch dazu. Aber irgendwie... Nee, lass mich doch einfach mal in Ruhe jetzt. Okay, hier ist noch so ein Nebelzauber. Den wir irgendwie mal, äh, auflösen können. Aber nicht jetzt. Jetzt will ich diese Hexe. Es scheint, dass wir gekommen sind. Da. Das muss es sein. Komm mal, Caz. Und wer sagt, dass die Gute uns da überhaupt willkommen heißen? Ich fühle mich jetzt mit dieser Region. Das Mädchen, das als Hexe bekannt ist. Das Mädchen. Was ist das? Südland, das ist schön. Das ist sicher kein Common Rock. Nein, Freunde. Das ist sicher kein Common Rock. Das ist ein Viech. Das ist irgendeine Kreatur. Der Weg ist verschwerte. Könnte das passieren, wenn die Barriere verschwunden ist? Das ist... Das sieht man noch. Das ist ein Golem oder so. Aber da ist noch ein... Da ist auch irgendwas. Oh Gott, da ist noch eins. Das ist ein curiouser Stein, ist es nicht? Sammelt alles, was ihr finden könnt. Aber das Biest ist sicher alles andere als... Als einfach nur... Da, 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 da. Oh, da wächst das. Ach, ich kann auf das draufklettern. Weil auf dem liegt nämlich auch irgendwas. Sieh, das ist da am Hintern. An seinem Burris. An seinem Burris hinten klebt nämlich was drauf. Wisst ihr was? Ich will jetzt, glaube ich, zuerst mal mit der Hexe reden. Wir werden sowieso das ganze Gebiet nochmal erforschen müssen. Und will jetzt eigentlich nicht zu viel Zeit da reindreschen. Da führt auch noch ein Pfad weg. Ah, das war nur eine Enttäuschung. Hier. Der führt irgendwo anders hin. Das ist was, was sie mir in die Luft sprengen. Hier ist noch eine Kiste. Eine Tiara, okay. Ja, jetzt komm. Lassen Sie nicht weiter. Gut, das Nest will ich aber eigentlich noch. Das leuchtet zwar. Seht ihr das? Das leuchtet, als könnte man was aufnehmen. Aber man kann nichts aufnehmen. Ja, vielleicht hat es auch mit einer Quest zu tun. Vielleicht müssen wir erst mal der Hexe helfen. Die würde nicht sagen, hey, Freunde. Auf euch habe ich gewartet. Es nervt mich so. Es nervt mich so, dass diese Gefährten einfach machen, was sie wollen. Das ist wirklich eine äußerst nervige Angewohnheit. Was habt ihr jetzt da alles gechabbert? Was? Was? Dieses Ort hat viele Namen. Aber die Wälderwälder ist das, was die meisten oft gehört haben. Das erste, was man machen sollte, wenn man so ein Hexenhäuschen findet, Freunde. Erstmal komplett ausrauben. Das erste, was man macht. Erstmal nimmt man die Hexe komplett aus, wie eine Lachsforelle. Das ist auch so ein Fugeln. Das ist auch so ein Fugeln. Beggegning your pardon, but we seek the witch of these woods. Oh? A great and aged woman? Perhaps you might have seen her? The witch? You seek grandmother? Ihr Großmutter? Ihr Großmutter? Ja. Wo können wir sie finden? Ich würde sie fragen, ob sie in einem grossen Fall ist. Sie ist tot. Sie ist tot. Sie ist tot. Oh. Was für Sie, dann? Sie wissen Sie von den Drehen? Kannst du die Wormspeak? Was für Sie? Der Großmutter meinte. Die Verwaltung kennt. Sie wissen. Sie schützt den Drehen. Sie schützt die Wahrheit. Sie suchen die Wahrheit außerhalb der Verwaltung sind die Verwaltung heretischen. Sie sind so ein Heretischen. Ihr Großmutter hat nicht gesagt, dass die Verwaltung nicht der Drehen? Sie können die Verwaltung nicht verlassen? Ja. Sie sind so ein Geist. Sie sind so ein Geist. Sie müssen uns auf die Verwaltung zurückkehren, wenn wir mehr lernen können. Sie haben unsere Dank. Wir werden Sie in der Liebe zurück zurück in unsere Stadt. Sie sind so ein Geist. Ich habe die Geist-Kunst. Sie sind so ein Geist. Also, erstmal komme ich gar nicht damit klar, wie wir da ohne Hose in unserem Bondage-Gewand vor ihr stehen. Ah, Freunde. Das ist mal das Erste. Verloren und wiedergefunden. Kina ist bereits nach Kasar. Es ist aufgebrochen. Kehrt ins Dorf zurück und informiert Adaro über die Geschehnisse. Und das ist das, was du mir zu erzählen hast. Es würde mich nicht überraschieren, dass ich eine Wälder von diesem Sorten lernen würde. Es ist wirklich eine Wälder. Flamirin. Können wir den Stab mitnehmen? Das wäre geil. Was haben wir hier noch? Ah, das wollte ich nicht. Ich will auf jeden Fall nochmal mit ihr reden. Die Gulen haben uns irgendwas zu erzählen. Ich muss ganz kurz Nase putzen, Freunde. So. Ja, speichern unbedingt. Ich will noch... Die hat uns doch sicher... Die hat doch sicher auch Quests, oder? Wird die eigentlich jetzt auf der Karte markiert? Zoomen kann man ja nicht, was ich groß... Ne. Ne. Der Hexenwald. Ihr müsst euch vorstellen, wie weit wir bisher gekommen sind in diesen ersten 30 Folgen. Und dann haben wir ja noch den DLC. Könnte ich... Könnte ich dich kennenlernen? Du siehst... familiar. Ah. Ja. Okay. Okay. Wie lebt sie hier? Wie lebt sie hier? Wie lebt sie hier? Was... Also wie kann... Jetzt rennt China da rüber. Okay. Das scheint eine Abkürzung zu sein. Ich hatte es fast vermutet. Und wir werden hier auch sicher nochmal hin müssen. Garantiert. Weil sonst würden diese Steinkreaturen ja nicht hier Sachen versperren. Ich will jetzt aber erstmal zurück. Ich würde mich gerne im Dorf nochmal neu ordnen, Freunde. Ich würde nochmal gerne meine Gegenstände durchgehen. Auch schauen, was brauchen wir denn überhaupt. Was muss man mitnehmen etc. Das würde ich gerne so langsam mal wieder machen. Weil wir hier im Wald natürlich viel Zeug gefunden haben. Was ich... Ich glaube die Kreaturen hier respawnen, gell? Ich glaube das hatten wir schon mal festgestellt. Ich frage jetzt, ob die Gegenstände spawnen. Das kann ich nicht sagen. Ja, schwierig. Jetzt sind wir jetzt wieder in so einem... Dunstgebiet, ja. Ich habe hier einen Totenschädel gefunden. Okay. Bin ich jetzt gespannt, wo uns das hinführen soll. Jetzt habe ich nicht gesehen, was es war. Oh, krass. Hier führt der Weg hier hin zurück. Und schau dir her, schau dir her. Das ist glaube ich der Weg in den... Also in den... Oder ist das hier nur eine Markierung für den Eingang? Und wir waren gerade im Hexenwald. Schwierig zu sagen. Die Karte ist so ein bisschen mäh. Aber let's go. Hier und... Ja, ja doch. Das ist kein Stress, Freunde. Ja, ja. Also Gegenstände spawnen. Kreaturen spawnen. Oh! 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 Wir haben triumphiert. Es gibt keine Chance, dass du reichlich bist, Master. Es ist deine Zuhause, ist es nicht erinnern? Gut. Es gibt auch noch Quests. Ah ja, da ist schon mal der Typ, mit dem wir quatschen sollen. Wir haben sie gerade noch mal retten können. Absolut verständlich. Absolut verständlich. Sie ist wie du in dem. Sie ist immer so weit weg, ohne so viel wie eine Idee. Ja. Definitiv. Mangelnde Erziehung. Ach. Sehr schön. Wir sind aufgestiegen. Was wollt ihr? Der Chef war aufgestiegen. Der Chef war aufgestiegen. Der Chef war aufgestiegen. Gut. Ich würde als erstes gern handeln. Ja. Ja, aber unser Plan ist den Drachen abzuschlachten. Sie müssen aufgestiegen. Sie müssen aufgestiegen. Sie müssen aufgestiegen. Es ist gut, einen zu treffen, nicht durch Angst zu treffen. Absolut. Was kann ich dir für. Gut. Verwaltungslagers. Als ihr will. Mehr entnehmen. Ja. Dann geht's noch mal頂형. Möhr. Ere rein.